Hier präsentieren wir die 5 besten Soda Armatur Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Brita Armatur mit integriertem Wasserfilter WD-3020. Frisches, Brita gefiltertes Systemwasser jederzeit direkt aus dem Brita Küchenbereichsmischer. Es verringert Kalk, Geruchsbeeinträchtigende und auch Geschmacksbeeinträchtigende Materialien zum Beispiel Chlor, zusätzlich zu Metallen wie Blei sowie Kupfer, die in Wohnanlagen vorkommen. Brita Küchenraum Installationen sind die bequemsten und auch platzsparenden Mittel zur Maximierung des Alkoholkonsums. Die speziellen Armaturen haben 2 Hebel, mit denen Sie schnell zwischen gefiltertem und gemütlichem oder kühlem und gefiltertem Wasser wählen können. Nummer 4. Grohe Blue Home. Grohe Blue House L-Spot Starter Paket inklusive Grohe Blue Residency. Ein Hebel Spülmischer mit Filterfunktion. Ein Loch Installation. L-Spot Tasten für 3 Arten von gefiltertem System und gekühltem Tischwasser. Still, Mittel, glänzende Grohe Stahlleite Oberfläche Grohe Silk Move 28 mm Keramikkartusche, ausziehbarer Moseurauslauf, rotierender Rohrleitungsauslauf, Schwenkposition 150 abgetrennter Wasserzirkulation für gefilterte und ungefilterte Wasserspezialverbindungslöche. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Sprudel-Locksprudel aus dem Wasserhahn. Einfach schmackhaftes, funkelndes Wasser im Kochbereich anzapfen, das setzt die nagelneue Sektlokomotive um, eine Tischwasserversorgung, die an den Wohnarmaturen angeschlossen ist. Im Gegensatz zu einem Sodastrium Softdrink-Hersteller ist der Softdrink-Motor stark in den Küchenbereich integriert und damit ein zuverlässiger Begleiter für puren Trinkgenuss. Es ist unter der Spüle montiert und mit dem Wasserhahn verbunden. Lassen Sie es kribbeln, mit einem schimmernden Motor speziell von der neuen Wassergruppe. Nummer 2. Neues Wassergrub-Untertisch-Trink-Wassersystem Sprudel-Locks, unter Spülen-Alkohol-Konsum-Wasserversorgung Sprudel-Locks-Blu-Diamond, reines Getränk. Möchten Sie Ihr Wasser still, gekühlt oder schimmernd verbrauchen? Bei Sprudel-Locks haben Sie immer die Auswahl. So schnell Sie die Art von Wasser wählen, dass Sie auf dem Hahn wünschen, noch Raumtemperatur, noch gekühltes oder gekühltes kohlensäurehaltiges Wasser gießt in Ihr Glas. Frisches Wasser, perfekt auf Ihren Geschmack abgestimmt, direkt vom Wasserhahn, es ist so einfach. Kunden, die teures Geld für Gadgets von beliebten Lieferanten ausgegeben haben, sind häufig enttäuscht über das Karbonisierungsergebnis des Systems, das Sie gekauft haben, vor allem diejenigen, die Ihr Wasser mehr schimmern als warm mögen. Und die Nummer 1 unserer Liste. Böbelbox-Sprudel aus dem Wasserhahn. Nie wieder schleppen. Verabschieden Sie sich von Mehrbeinbehältern. Beleben des Sprudelwassers direkt aus dem Wasserhahn, wann immer Sie durstig sind. Mit einem Adapter-Hochdruckschlauch Asin B016X45 V2 kann die Böbelbox auch mit größeren Carbondioxide-Flaschen verwendet werden. Die Böbelbox verwandelt Ihren Küchenbereich in eine Quelle der prickelnden Erfrischung. Das effektivste Merkmal davon ist sehr einfach, in einfach 3 Aktionen zu montieren. Einfach an der Kaltwasserleitung befestigen und schätzen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.